So und da sind wir wieder zurück, nachdem das Spiel abgeschmiert ist. Vielleicht auch nicht, warum ist das gut, aber dauernd habe ich mir Luft beeindrucken. Ah! Naah! Naah! Bullseye! Bullseye! Awww! Haha! Awww! Get off! Awww! 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 Nein, ich schaue für die schlechte Leute. Wir wissen, dass ich zurückkehren. Ich weiß, dass ich zurückkehren will. Hey, du bist ein schluss, oder? Nein, ich glaube, du bist gut. Wenn du ein Cyborg bist, du kennst du, wer das ist? Sort of. Was passiert mit dir? Wir leben auf der Straße, dass sie auf der Straße gehen können. Dann diese Kutnähe, wie die Mafia sagen. Hey, ihr wollt ein Job? Was wird passieren, oder? Aber die Mutter-Sconne hat mich auf den Rass-Bot. Sie holen uns alle einen Doge-Kutainer. Nachdem wir wissen, wir sind hier, in der Jumbe-Land. Ja, ein paar Leute. Aber dann haben wir hier, was die Sconne wollen. Jetzt sind wir weg. Und dann haben wir die ganze Zeit, oder? So, ihr ran? Uh-huh. Es sei mir nicht ein Bad-Ass-Robot-Ninja-Man. Same als du. Ich bin die strongest Cyborg ever. Warlock all dem Phantoms in Black-Lords, das ey-Pass-Me. Startin' zu sound like ein Bad-Guy-Yerself. Just playin', na? Wir haben viel zu tun, aber wir nicht killen. Wir haben keinen Fall. Wir haben keinen Fall. Wir müssen die Böse-Ware auf die Böse-Ware und sagen, dass die E-Ware die Böse-Ware wird nicht weg! Entfernen Sie aus! Aber die Leute mit mir nicht verstehen. Sie sind wie Spanisch oder etwas. Ich bin nur ein für eine Erfache. Dann kommt die Maschine nach mir nach. Und ich weiß die andere. George, ich brauche alle Details über wie du zu erfuhr. Gude! Gude! Ich würde mal sagen, wir sollten uns wirklich beeilen, wenn das so ist. Da hinten ist noch eine Kiste. Ach da! Thank you! So hergekommen bin ich von wo? Von da. Hier ist nichts mehr. Dann geht es mal weiter. Schade, dass der Play-Doholf nicht direkt bei uns ist. Das wäre viel cooler. Wäre vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Aha, da hinten ist einer. Das ist eine große Herausforderung. Es ist möglich, dass sie Test-Operationen führen, während das Labor geöffnet wird. Sie werden es nicht leicht machen, um in diesem Land zu kommen. Ist es eine Möglichkeit, dass du durchsuchen könntest? Eine Möglichkeit sich daran vorbeizuschleichen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Wobei... Kämpfen gibt Creditspunkte. Es ist... Es ist eine Kiste. Wie wird das helfen? Oh, es ist von Medikamenten. Das könnte eigentlich funktionieren. Ich weiß nicht, was kommt. Ähm... Für diejenigen, die die Metal-Gear-Serie noch nicht kennen... Das ist sowas... Und ja... Solid Snake hat sich sehr, sehr oft in Pappkartons versteckt, um... Und ja... Den Dingens zu entgehen. Hier blicken ja Feinde. Und es hatte immer sehr, sehr gut funktioniert. Manchmal haben sie den Karton angestupft. Manchmal haben sie ihn einfach übersehen und sich gewundert, Und warum da einfach plötzlich ein Karton ist. Ein sehr gutes Versteck anscheinend. Auch wenn es manchmal ein bisschen... Naja... Witzig war. So, da müsste er dann irgendwo... Pappkarton! Kavalierhaus講! Wasser pastet. Ähm. Mu tut. Die Technik 184 Block! fuck das sind wirklich eine menge von den dingern wirklich ganz genau wie die e-metalgears so sind wieso soll ich nicht die kameran dauern es sind schon ein bisschen viele muss ich echt sagen ich glaube gegen die zu kämpfen wäre ein bisschen blöd also versuchen wir mal den schleichweg wenn es nicht ganz einfach ist ich glaube man darf sich nur nicht bewegen wenn die einen angucken also hinter dem gehe ich mal her hat blöde kamera das sieht so dufe aus okay hier könnte ich rein da muss der erst mal an mir vorbei na wo bist du da ist er so das wäre geschafft ich kann ein paar kreditpunkte hier verdienen so gut die jetzt mal umgehen ich habe die knappe Location des Lads based on the boys information es ist markt on your soliton radar was ist denn das der hat einen flammenwerfer zu her die die du Wie komme ich denn da rüber? Was ist es eigentlich? Sieht aus wie eine Handgranate, ich glaube die lassen ihn fliegen. Schau es doch drauf. Schau es doch drauf. Gut, dann hätten wir gekillt. Der hatte die selbe Idee wie wir damals. Okay, ich habe keine Ahnung wo es jetzt lang gehen soll. Ach ja. Gut getaner Eingang muss ich sagen. Na komm du löst das Ding, geht hoch. Gut, dann geht's das Ding. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Okay, die zwei Dinger haben wir noch WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Und weg. Und was ich benutze? Vielleicht. Aber erst, du musst eine Dump. Warte, was? Eine Dump? Eine Digital Optical Output Mounted Proxy. Du musst ihn für die Terminale interfazieren. Ein Typ. Ein Tripod oder so. Ich sehe, was ich mit. Wie kann ich es benutzen? Ein Typ. Ein Typ. Du musst deine Kommunikations-Output benutzen, um die Proxy-Eugene zu kontrollieren. Alles klar. Wir geben es einen Schuss. E-Dump? Das wäre jetzt mal geil. E-Dump? Ich behalte es noch. Ich behalte es noch. Ich habe gedacht, du sagst, Stealth-Offs wären dir speziell. Das war's für heute. Die! Oh, das war das Knie. Das war's für heute. Geht auf! Das war's für heute. So, ich wollte halt jetzt aufhören mit diesem, ach so dingsigen Dingsbombs. Oh, okay. Okay, wir wollen jetzt jetzt. Oh, okay. Hm, das war alles. Und auf die Tür komme ich garantiert nicht. Aber ich glaube... Das probiere ich jetzt mal aus. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay, das funktioniert jetzt noch nicht. Dann nehmen wir auf die Tür. Okay, das geht auch nicht. Wie komme ich... Wie komme ich denn da rein? Nur durch diese Tür. Nur durch diese Tür. Okay. 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 Okay.